So, mal schauen was die Hinterbremse ergibt. Ich drück voll durch. Wäre ich jetzt nicht mehr geschafft, dass ich stehen bleibe, selbst wenn ich es gewollt hätte. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video wieder mal auf meinem Kanal. Dieses Mal heute ein bisschen verspätet, dass es anders nicht ausging. Da ich heute Fahrstuhl, äh Fahrstuhl, ja meine Fahrschule habe und arbeiten muss. Deswegen ging es sich heute nicht anders aus, wie dass ich den Vlog erst gegen Abend hochladen und nicht um 12 Uhr mittags. Deswegen entschuldigt das Ihnen vorab erstmal. Und zwar in dem Vlog geht es um etwas, ja nicht allzu gut zu krasses jetzt sag ich mal. Also es ist nicht wirklich jetzt was wo man jetzt irgendwie sagt, boah krasses Thema oder keine Ahnung was. Im Hauptteil soll es umgehen, eben welche Themen ich ansprechen soll, welche Themen ihr von mir sehen wollt oder hören wollt. Wie auch immer man es vertiteln will. Oder ob ihr einfach irgendwelche, irgendwelche anderen Arten von Videos wollt, abgesehen mal von Gaming. Weil ich kein Gaming bringen werde, außer vielleicht mal den Livestreams. Aber da muss ich noch gucken wegen neuen Internet, weil mein aktuelles Internet das nicht packt. Weil es einfach scheiße ist, gefühlt eine 0,1k Leitung ist. Und deswegen kann ich nicht streamen damit, da muss ich dann nochmal gucken. Aber ja, im Großen und Ganzen ist eigentlich das ganze Thema des Videos schon damit abgehackt, wenn ich sage, was für Videos, was für Themen wollt ihr sehen. Um das geht es eigentlich groß. So ist das jetzt die Frage. Ich persönlich könnte mir jetzt zwar auch immer Themen ausdenken, nur weiß ich ja nicht, wie die Themen dann bei euch ankommen. Und ob euch die Themen überhaupt interessieren würden. Aber wenn ihr mir jetzt zum Beispiel Themen in die Kommentare schreibt, dann weiß ich ja, dass ihr die sehen wollt. Und ich werde die Themen einfach so rausnehmen, indem ich jetzt durchlese. Und ich werde jetzt irgendwie bewerten, wenn manche Leute dann zum Beispiel mit 5 Accounts kommen und ihren Kommentar hochliken, dass der drankommt oder so. Das werde ich nicht nehmen, ich werde es einfach anders machen. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel 10 Themenvorschläge sind meiner Meinung nach, oder weiß ich nicht, wie auch immer. Einfach 10. Werde ich so bewerten, oder sagen wir werde ich so machen. Das Thema, das mir am allermeisten gefällt von den ganzen Themen, wird dann als erstes drangenommen. Und das, was mir dann halt wieder als nächstes gefällt, wird wieder drangenommen, bis wir halt alle Themen dran haben. Wobei, wenn dann irgendwelche Themen bei sind, die halt, ja keine Ahnung, blöd zum ansprechen sind, sag ich jetzt mal, die werde ich dann halt nicht nehmen. Die werde ich dann einfach raus und vor lassen. Oder was heißt blöd zum ansprechen. Themen, über die es sich halt nicht, sagen wir mal, nicht auszahlt, ein separates Video zu machen, ein extra Video zu machen, sagen wir so. Weil Fragen und kurze Sachen beantworte ich hier in den Kommentaren. Und solche Themenvorschläge, die ich zum Beispiel in ein Video verpacken könnte, werde ich dann auch dran nehmen. Alle nach der Reihe, deswegen. Ich sag mal schon, wenn ihr mir jetzt was in die Kommentare schreibt unter dieses Video schon, könnte es zu guter Wahrscheinlichkeit sein, dass vielleicht eventuell morgen dann schon der Tag darauf vielleicht euer Thema quasi in einem Video vorkommt. Oder halt sagen wir so, dieses Video kommt jetzt am Donnerstag, dass euer Thema dann spätestens am Samstag im Video vorkommt. So würde es dann sein, wenn ich unter diesem Video Themenvorschläge bekomme. Ich glaube auch, dass ich dieses Video jetzt nochmal dann gleich in einem großen Cut unterteilen werde. Und wir uns dann am Nachmittag nochmal sehen in diesem Video, wir haben gerade, keine Ahnung, irgendwie 11 Uhr irgendwas oder so. Und wir werden uns dann vermutlich um 15 Uhr nochmal kurz sehen, wo ich dann das Video beenden werde. Also sag mal, bis dann. Für euch ist es jetzt nur ein kleiner Cut, ein kleiner Zeitsprung. Für mich ist es jetzt einfach eine gewisse Zeit. Wieder zurück nach einem kleinen, für euch kleinen Cut, für mich sehr großen Cut eigentlich. Mittlerweile hat es leider angefangen, dass es regnet. Und es ist verfickt rutschig. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht auf die Schnauze fliege. Besonders ich habe vorne Stollenreifen drauf und hinten auch. Äh, was glaube ich. Ich habe generell Stollenreifen drauf auf dem Bikerad. Und vorne habe ich aber null Profil. Also wirklich, ich habe nicht mal mehr, nicht mal mehr einen Millimeter Profil. Sprich, ich werde so leicht wegrutschen, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen übertreibe. Deswegen mache ich jetzt ganz langsam. Ich muss auch die ganze Zeit mal wieder hin und wieder die Linse putzen, damit man überhaupt was sehen kann hier im Regen. Boah, fuck, es ist ungeil, es ist arschkalt, Leute. Boah, ich rutsche gerade hinten. Tschüss, Alter. Ich habe gar keinen Grip, wenn ich bremse, Mann. Aber dort hinten wird es schon wieder ein bisschen schöner. Ich hoffe, das zieht zu uns jetzt rüber. Ich werde jetzt zum Bernie fahren, zu meiner aktuellen Fahrschule gerade. Und da den letzten Kurs besuchen. Dann bin ich durch. Und den werde ich jetzt nicht, naja, nicht wirklich besuchen. Ich werde den jetzt am Computer machen. Oh Gott. Ja, man hat dort gehört, das Bike ist noch kalt, wenn ich mich verschalte, hört man es auf jeden Fall. Sobald es in den mehr oder weniger Begrenzer kommt. So, mal schauen, was die Hinterbremse ergibt. Ich drücke voll durch. Oh, hätte ich jetzt nicht mehr geschafft, dass ich stehen bleibe, selbst wenn ich es gewollt hätte. Oh, fuck. Einerseits finde ich es ja übelst cool, weil es ist einfach saugeil. Wie zum Beispiel Donuts machen. Ich meine, ja, klar kann man auf der trockene Straße auch, aber hier ist es einfach viel leichter. Du kannst übelst die geilen Schleifer ziehen. Es ist schon irgendwie cooler, aber es ist einfach verfick gefährlich, man. Und ich selber sehe gerade genau fast gar nichts, weil verspiegeltes Visier und... Oder was ist verspiegeltes Visier? Verspiegelte Brille eigentlich. Und Dings vertragen sich nicht so. Naja, zumindest sind wir noch nicht abgesoffen, dass die Glühkerze überschwemmt ist. Ah, Glühkerze, Züngkerze, Züngkerze, ja. Sag mal Glühkerze, weil ich Modellbau, Dings, weil ich an Modellbau denke und da ist eine Glühkerze und keine Züngkerze. So, ich denke, ich stehe mal dran. Okay, ich glaube, ich fahre mal lieber ein bisschen auf Abstand, weil mein Bremseweg ist halt nicht so gerade der krasseste Bremseweg, würde ich mal nett behaupten. Naja, Leute, aber dadurch, dass ich jetzt sowieso gleich mit dem Bernie angekommen bin, würde ich sagen... Oh, fuck, jetzt soll ich gleich gerade übers. Dadurch, dass ich eh gleich dort angekommen bin, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das Video heute kam ein bisschen später, weil ich nicht früher Zeit hatte, sprich nicht um 12 Uhr mittags, sondern es wird man abends oder so. Deswegen entschuldigt das auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao.